Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen wieder eine schöne Stunde machen für den ganzen Körper. Einmal so von oben nach unten sage ich immer. Erstmal bereiten wir uns vor. Ihr stellt euch locker hüftbreit auf. Lasst die Knie direkt so ein bisschen locker. Und wir lassen mal die Arme ganz locker einfach mal so ein bisschen schwingen lassen. Entspannen hier die Schultern und auch so ein bisschen den Nacken. Der Kopf darf leicht mit nach vorne sinken. Lass den Atem fließen. Und dann schwingen die Arme einmal nach oben. Mach dich groß. Und geh mal so ein bisschen in das Recken und Strecken. So ganz genüsslich. Mal so richtig schön rausziehen. Tief atmen dabei. Sehr schön. Jawohl. Und dann greif mal die Hände und mach dich groß. Die Wirbelsäule hier nochmal so ein bisschen dehnen, dass wir hier mal wirklich so den Rücken so ein bisschen nach vorne rausstrecken. Und dann zieht auch mal die Arme so ein bisschen zu den Seiten raus. Nochmal so seitlich den Rumpf. Recken und strecken. Und mal ein bisschen über vorne. Das finde ich auch immer ganz angenehm, wenn wir da so seitlich mal im Rumpf in die Dehnung kommen. Und dann lass mal einmal locker. Wir sinken hier etwas ein. Entspann die Schultern, den Nacken. Vielleicht so ein bisschen Federn nach vorne, so wie es für dich angenehm ist. Und dann roll den Rücken langsam wieder auf. Wirbel für Wirbel. Kommen wir hier nach oben. Lass die Schultern locker. Die Arme, Beine. Stellen wir die Füße nochmal hüftbreit. Und wenn wir jetzt so mal mit den Füßen so ein bisschen in die Bewegung gehen, so von einem Fuß auf den anderen, dann macht das ganz kraftvoll. Dass wir also nicht so einfach auf den Fuß so runter plopsen, sage ich jetzt mal so. Sondern denkt so ein bisschen wie gegen so einen Widerstand, dass er wirklich mit Kraft immer eine Ferse senkt und auch den Fuß so richtig hoch drückt. Dass wir wirklich so unter der Fußsohle, so unter der Fußsohle so eine Dehnung spüren. Dass wir da alles einmal schön aktivieren. Mit Kraft von Seite zu Seite. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. Und dann lass die Füße hier nochmal locker stehen. Aber mit einem Fuß machst du direkt mal so einen Kreis, so um den Fußballen. Dass wir da mal so das Sprunggelenk, die Bänder so ein bisschen auflockern. Ganz genau. Sehr schön. Auch das eher so ein bisschen aktiv, so ein bisschen kraftvoll. Und wechsle mal die Richtung. Geh mal mit dem Fuß nur einmal andersherum in das Kreisen. Genau. Meine Hand will immer automatisch so ein bisschen mitmachen in dem Kreis. Und jetzt wechseln wir einmal den Fuß einmal hier mit dem anderen Fuß erstmal in die eine Richtung. Ganz kraftvolle Bewegung hier so um den Fußballen rum. Dass wir schön das Sprunggelenk aktivieren und wechseln einmal die Kreisrichtung. Jawohl. Sehr schön. Jetzt holen wir uns einmal die Füße ganz zusammen. Du gehst hier so ein bisschen in die Knie. Die Hände sind leicht oberhalb der Knie angesetzt. Und wir gehen jetzt mal in die Kniebewegung. Denn die können ja auch so ein bisschen sich kreisen. Sehr schön, dass wir da mal so schön die Gelenke mobilisieren. Ganz weich machen. Wechsel auch hier nochmal die Richtung. Ganz genau. Wunderbar. Gut. Und nochmal in der Mitte aufrichten. Locker die Beine. Jetzt ist das Hüftgelenk dran. Fangt ihr mit einem Bein an. Dass wir so von innen nach außen so einen richtig schönen großen Kreis machen. Zieh mal das Bein so richtig schön hoch. Jawohl. Richtig schön groß im Kreis machen. Das Hüftgelenk da so ein bisschen öffnen. Jawohl. Sehr schön. Einmal noch mit der Seite. Und dann einmal mit dem anderen Bein. Schöner großer Kreis. Immer von innen nach außen. Mach das nochmal weiter. Hier noch einen Nachzügler. Einmal reinlassen. Sehr schön. Zweimal noch das Kreisen mit der Seite. Und einmal lösen. Locker die Beine. Füße bleiben nochmal hüftbreit stehen. Ich gehe mal seitlich zu euch. Die Knie wirklich ein bisschen gebeugt. Und dann wollen wir hier einmal das Becken nach vorne und nach hinten schieben. Versucht im Oberkörper eher gerade zu sein. Also dass nicht der ganze Körper mitkommt in die Bewegung. Sondern wirklich mal nur das Becken. Einmal rück. Einmal vor. Einmal rück. Einmal vorne. Und die Knie ein bisschen gebeugt. Dann kommen wir besser in die Bewegung. Dann bringen wir das Becken so in eine mittlere Position. Und dann schieben wir die Hüften so ein kleines bisschen nach rechts und nach links raus. Auch hier bleibt der Oberkörper eher gerade. Dass also nicht der ganze Körper mitgeht. Dann wirklich schön hier isoliert. Hüfte rechts, links. Und dann machen wir daraus einen Kreis. Mach das auch wieder langsam. Ganz bewusst. Wirklich mal so alle vier Bewegungsrichtungen miteinander verbinden. Der Oberkörper ist stabil. Wechsel die Kreisrichtung. Einmal andersherum. Sehr schön. Jawohl. Wunderbar. Und dann finden wir auch mal die Mitte, wo wir den Rücken, vor allen Dingen den unseren Rücken, gerade einstellen. Immer die Arme locker zur Seite. Jetzt wollen wir die Brustwirbelsäule in Bewegung bringen. Und da hilft es, wenn man so ein bisschen die Arme mitnimmt. Dann können wir hier nämlich wirklich spüren, wie sich die Brustwirbelsäule weitet. Und hier denke vielleicht, du hältst so einen großen Ball vor dir. Einmal Brustkorb weiten. Einmal hier runden. Trotzdem bleibt der Oberkörper ja relativ aufrecht. Wenn ihr nochmal schaut bei mir von der Seite. Ich lehne mich nicht nach vorne. Sondern ich verschiebe wirklich hier in meiner Brustwirbelsäule. Einmal vor. Einmal rück. Macht nochmal. Sehr schön. Wunderbar. Nicht zu viel Becken. Mal aufpassen, dass es jetzt nicht immer noch hier unten hauptsächlich ist. Das haben wir gerade schon gemacht. Sondern wirklich jetzt versuchen, hier eine Etage höher zu agieren. Und nochmal einmal das strecken. Dann greifst du die Hände einmal hinterm Rücken. Wir ziehen wirklich hier nochmal die Schultern zurück und die Brustwirbelsäule ganz weit raus. Und einmal die Gegenbewegung. Also Brustwirbelsäule nach hinten schieben. Schultern nach vorne. Und dann streck dich hier nochmal hoch. Mach dich einmal groß. Schultern sind entspannt. Der rechte Arm, der geht mal locker runter. Zieht den Bauch ein bisschen ein. Und dann können wir uns hier schön aufrecht halten. Wenn wir in die Seitdehnung gehen. So jetzt die Wirbelsäule auch einmal hier in diese Richtung vorbereiten. Schön großen Bogen machen. Jawohl, lass den Atem fließen. Gewicht ist auf beiden Füßen. Achtet da so ein bisschen drauf. Nicht, dass wir auf einmal so auf ein Bein ankommen. Und wechsel mal ganz in Ruhe die Seite. Andere Arm kommt hoch. Schultern entspannt. Zieh den Bauch nach innen. Und einen schönen Bogen machen. Die Wirbelsäule hier so seitlich aufdehnen. Lass den Atem fließen. Gewicht ist auf beiden Füßen verteilt. Da richte ich nochmal drauf achten. Weil es passiert schnell, dass man eine Ferse so ein bisschen löst. Sehr schön. Und dann komm nochmal zur Mitte. Wir nehmen die Hände hier so locker an die Schultern. Und du gehst mal hier so mit den Ellbogen voran in die kreisende Bewegung. Mach das ruhig nochmal weiter. Ich gehe nochmal seitlich. Knie sind leicht gebeugt. Bauchnabel nach innen. Wir haben schon hier wieder unseren geraden Stand. Und jetzt versuch mal vorne die Ellbogen ganz zusammen zu bringen. Dass wir da wirklich die Schulterblätter hinten, die ziehen wir nämlich dadurch so richtig schön nach vorne. Vielleicht spürst du das, dass das Schulterblatt dann so richtig gleitet, am Rumpf hinten. Ellbogen versuchen gar nicht zu schließen. Sehr schön. Und wir öffnen die Arme nochmal locker. Schultern entspannt. Zieh den Bauch nochmal fest nach innen. Und jetzt gehen wir in die Rotation. Da waren wir noch nicht, den Oberkörper zu drehen. Jetzt soll aber das Becken wirklich stehen bleiben. Als ob das einer festhält, der hinter dir steht. Jawohl. Und der Oberkörper, der kann locker schwingen von Seite zu Seite. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. Ganz locker hier nur die Arme entspannen. Und dann komm nochmal in der Mitte an. Senkt die Arme. Dann gehen wir hier ein bisschen mehr in die Knie. Leichte Vorbeuge. Hier können wir direkt weitermachen. Die Wirbelsäule zu mobilisieren. Und dann den ganzen Rücken jetzt mitnehmen. Runden. Und strecken. Ganzen Rücken mitnehmen. Runden. Und strecken. Mach das noch zwei, drei Mal im eigenen Rhythmus. Dann bleib mal in der runden Rückenposition. Zieh den Bauch nach innen. Roll dich wieder in den Stand auf. Wirbel für Wirbel. Die Schultern ziehen mit nach hinten. Und mit langem, geraden Rücken gehen wir hier in die Kniebeuge. Und runder Rücken rollt auf. Schultern ziehen mit nach hinten. Gerade Rücken vor. Runder Rücken rollt auf. Mach das nochmal im eigenen Rhythmus. Lass den Atem fließen. Wirklich schön durchbewegen den Rücken. Und mach das wirklich auch etwas langsamer, als ich das mache. Ich bin ja immer recht schnell unterwegs. Und bleib nochmal im geraden Rücken. Hier vorne. Spann den Bauch. Schultern sind tief. Wir kommen im geraden Rücken hoch. Gehen im geraden Rücken auch runter. So, jetzt uns so ein bisschen mehr auf die Bewegung der Beine konzentrieren. Also Rücken hält. Und die Beine ein bisschen erwärmen. Die Muskeln aktivieren. Und ganz aktiv den Bauch nach innen ziehen. Schulterblätter zurückziehen. Und achtet auch nochmal auf den Kopf. Aber ihr macht das schon gut, dass der in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Sehr schön. Wunderbar. Wir nehmen die Arme mit. Und zwar, wenn wir hier in die Kniebeuge gehen, die Arme nochmal locker zur Seite aufspannen. Und wenn wir hochgehen, dürfen die Arme sinken. Gehen wir tief und hoch. Und tief und hoch. Gerne wieder im eigenen Rhythmus. Kann auch etwas langsamer sein. Und wirklich den Rücken schön aufspannen, wenn ihr tief geht. Jawohl. Sehr schön. Achtet ein bisschen auf eure Knie. Da schaue ich nochmal gerade, dass die nicht irgendwie nach innen knicken. Also macht es wirklich kontrolliert. Jawohl. Sehr schön. Einmal noch tief und wir halten. Heb nochmal dein Brustbein. Zieh den Bauch nach innen. Und wir ziehen ein bisschen mit den Armen. Und rück. Das wird schön. Die Schultermuskeln aktivieren. Der Daumen zeigt nach hinten. Arme auf. Aufschulterhöhe. 4, 4, 3, 2, und dann stürz dich nochmal auf. Mach den runden Rücken. Und roll dich nach oben. Und lockere die Beine einmal so ein bisschen aus. Wunderbar. Stell die Füße ruhig ein bisschen enger. Sie müssen nicht ganz zusammen sein, aber ein bisschen enger als gerade sind wir. Und wenn wir gleich auf die Fußspitzen gehen. Es geht wieder um die Haltung. Fokus ist immer bei der Haltung. Zieh den Bauch ein. Heb dein Brustbein. Jetzt gehen wir schon mal auf die Fußspitzen. Und du konzentrierst dich aber auf deine Haltung. Dass wirklich der Rücken ganz gerade, ganz aufrecht, ganz stabil bleibt. Und nochmal langsam wieder absenken. Spann den Bauch. Drück dich hoch. Gewicht geht zum Großzehenballen. Knöchel sind stabil. Und langsam wieder absenken. Macht nochmal. Erstmal so wirklich auf die Haltung konzentrieren. Sehr schön. Langsam wieder senken. Das sah sehr gut aus. Super. Nochmal. Und Gewicht immer so ein bisschen zum Großzehenballen. Dass ihr nicht so den Knöchel so nach außen knicken lasst. Spürt da auch mal. Was machen die Füße? Die wackeln so ein bisschen hin und her. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Aber versucht euch da zu stabilisieren, wo der Knöchel gerade. Versteht ihr, was ich meine? Dass es nicht so nach außen rippert. Keiner redet mit mir. Geh mal einfach davon aus, dass ich spreche ja auch Deutsch. Ich spreche ja eure Sprache. Dann versteht ihr mich hoffentlich. Wir gehen nochmal hoch. Wollen wir es ein bisschen schwieriger machen. Nämlich die Arme mit heben. Wir fallen nicht ins Hohlkreuz. Knöchel bleiben lang. Kopf ist aufrecht. Oh, nochmal langsam senken. Einatmen. Spannen wir auch. Wir heben. Gewicht zum Großzehenballen. Der untere Rücken bleibt stabil. Oh, nochmal senken. Und einmal noch. Richtig schön rausdrücken. Ein bisschen die Wadenmuskeln arbeiten lassen. Knöchel stabil. Körpermitte stabil. Und einmal senken. Und einmal locker lassen. Da haben die Füße auch schon ein bisschen was gemacht. Denn die brauchen wir auch jetzt gleich. Ich bleibe nochmal seitlich. Ihr geht mit dem Gewicht aufs rechte Bein. Und ihr braucht ein bisschen Platz nach vorne und nach hinten. Testet mal einmal, ob das geht. Bevor wir irgendwas wegkicken. Der so. Okay. Also Gewicht ist auf dem rechten Bein. Körpermitte ist fest. Rücken ist aufrecht. Linkes Bein machen wir ein bisschen locker. Indem wir das so vor und rück schwingen. Die Arme können ausgleichend so ein bisschen hier fürs Gleichgewicht sorgen. Jetzt ist der Fokus wieder auf der Haltung. Dass nicht der Rücken auch mitschwingt. Das machen wir nicht. Sondern lassen wirklich nur das Bein schwingen. Jawohl. Und dann schwingen wir so ein paar Mal. Und jetzt halt das Bein mal vorne und geh nur nach vorne. Zack. Und zack. Und zack. Locker lassen. Und nochmal nach vorne. Zack. Zack. Und zack. Locker lassen. Und nochmal nach vorne. Zack. Zack. Sehr schön. Macht das nochmal. Und jetzt geht es natürlich wieder um die Haltung. Vor allen Dingen, wenn ihr vorne bleibt, dass jetzt nicht der Rücken hier mithilft. Dass du das nicht aus dem Rücken machst. Sondern, dass du wirklich Kraft im Rücken beweist. Und nur das Bein da richtig schön nach oben federn lässt. Einmal schafft du noch mit der Seite. Macht dich groß. Halt den Rücken beim Hochziehen. Und Gewicht einmal wechseln. Ganz in Ruhe. Gewicht geht auf das linke Bein. Linkes Bein. Standbein. Bisschen gewollt. Spann den Bauch. Und schaukelt euch so ein bisschen ein. Erstmal vor und rück. Aber auch hier schon schauen oder spüren, dass eben nicht der ganze Rücken mitgezogen wird. Stabilität. Das ist das Pilates-Training. Sehr gut. Und dann bleiben wir wieder vorne und federn. Ein paar Mal nach. Zack. Zack. Und locker. Jawohl. Sehr schön. Und könnt auch so ein bisschen im eigenen Rhythmus immer so drei, vier Mal dieses Nachfedern. Drei, vier Mal locker machen. So wie es für euch dann passt. Und ich will Stabilität hier sehen. Ich will eben nicht sehen, Rücken, Rücken oder hier das Bein so hochziehen. Sondern wirklich mit Kraft. Guck mal, der Rücken kann so bleiben. Und ich kann trotzdem mein Bein mit Kraft nach oben ziehen. Das will ich sehen. Macht nochmal. Macht euch groß. Hebt dein Brustbein. Wachsen. Sehr schön. Super. Eine Runde schafft ihr noch. Und einmal lösen. Sehr gut. Einmal locker lassen. Wunderbar. Jetzt kommt was. Selbes Thema. Ja, wenn ich so schon Trommelwirbel. Wo ist meine kleine Trommel? Und zwar traut euch einmal, vertraut euren Muskeln, so einen kleinen Hops auf ein Bein zu machen. Ihr dürft euch das Bein erstmal ausmachen. Einen kleinen Hops auf ein Bein. Natürlich auch ein leicht gebeugtes Bein. Ich habe es nicht gesagt, aber ich hoffe, ihr wisst oder macht das automatisch, dass man wirklich auf ein leicht gebeugtes Bein hoppst. Ja, und dann geht es natürlich darum, hier direkt dann den Körper zu stabilisieren. Findet ein Gleichgewicht. Also auf das Bein. Wieder kurz zurück. Und auf das Bein. Stabilisieren. Zurück. Nochmal dasselbe Bein. Wir bleiben auf dem Bein. Balancieren uns aus. Standbein ist leicht gebeugt. Spann die Arme nach hinten. Man darf auch wackeln. Kein Problem. Spann die Arme nach hinten. Standwaage will ich sehen. Standbein gebeugt. Mach den Rücken fest. Das hintere Bein fest. Alles fest. Alles fest. Fingerspitzen zum Boden. Zieh das Bein mal ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Gut. Senk das Bein. Stell die Füße höchstbreit. Und roll dich auf. Hui. Der ganze Spaß mit der anderen Seite. Also wir machen einen kleinen Hops auf das andere Bein. Du balancierst dich einen Moment aus. Gehst wieder ein Stück zurück. Wirklich mit einem Hops auf das Bein. Nimmst dir da einen Moment Zeit, dass der Körper sich ausbalanciert. Sehr schön. Mach dir das wunderbar. Und ich sehe schon, ich habe keine Angst, auf das Bein zu springen. Ich denke mal so, ui, was gefährlich ist jetzt. Also ich gehe auch nicht joggen, ehrlich gesagt. Ich bleibe bei meinem Fahrrad hier, was hier steht. Das steht so schön am Platz. Und da kann nicht so viel passieren. Also ich laufe tatsächlich nicht draußen rum. Ich laufe gar nicht draußen rum. Ich bin nur hier. Ihr findet mich nur hier. Nirgendwo anders. Jawohl. Sehr schön. Ist mir sicherer. Das ist mir hier wirklich sicherer als da draußen. Mir draußen zu gefährlich. Und auch mal auf dem Bein ausbalancieren. Wobei, wer mich auf Instagram verfolgt, der hat. Gesehen, dass ich eine der sehr ausgiebigen Fahrradtour in Kreta gemacht habe. So, wir gehen in die Standwaage. Aber kann ich weiter von Kreta erzählen. Es war sehr anstrengend. 450 Höhenmeter. 27,5 Kilometer den Berg hochgefühlt. Gefahren. Und die Fingerspitzen zum Boden. Zieh das Bein richtig hoch. Und zweieinhalb Stunden hat die ganze Sache gedauert. Das war schon anstrengend. Und senkt das Bein. Füße hüftbreit. Roll den Rücken langsam auf. Sehr schön. Locker die Beine aus. Wunderbar. Wir gehen auf der Matte ein bisschen mehr nach hinten. Dass wir nach vorne ganz viel Platz haben. Einen Körper jetzt zu machen. Nein, einen Körper machen wir nicht. So. Füße stehen hüftbreit. Schöne gerade Haltung will ich sehen. Wir atmen ein. Ausatmen. Bring alle Kraft in die Körpermitte. Zieh den Bauch richtig fest ein. Und dann machen wir wie so ein, es ist schon ein Körper, so einen weiten Körper nach vorne. Aber kontrolliert. Fingerspitzen. Fingerspitzen einmal zum Boden. Lass den Kopf locker hängen. Einatmen. Und dann roll dich nochmal auf. Sehr schön. Und die Arme hoch. Einatmen. Spann den Bauch. Und weit einen großen Bogen über vorne. Ganz kontrolliert senken. Unten einatmen. Und nochmal aufrollen. Sehr schön. Einmal noch einatmen. Die Arme. Und den Bauch nochmal spannen. Weit nach vorne. Und wir bleiben hier. Wenn das geht, sind die Fingerspitzen am Boden. Der Nacken ist locker. Und dann nochmal so in diese Bewegung der Füße. Eine Ferse auf. Eine runterdrücken. Dann nochmal eine kraftvolle Bewegung. Hier in die Sprunggelenke. In die Beine bringen. Sehr schön. Wunderbar. Genau so. Und dann probiere die Knie ganz durchzudrücken. Also wirklich jetzt mal zu strecken. Und teste für dich, ob die Fingerspitzen da noch am Boden sind. Mit ganz gestreckten Knien. Das sieht schon sehr gut aus. Das gibt schon einen Punkt. Wenn die noch nicht ganz am Boden sind. Erstmal nicht schlimm. Aber da wollen wir auf jeden Fall hin. Jetzt wandern wir mit den Händen nach vorne. Da haben wir uns ja viel Platz gelassen. Vorne, vorne. Und testet einmal für euch, ob wir jetzt hier aus diesem Dreieck war ich ja immer. In den Stütz gehen können. Das ist hier. Und hier sollten die Handgelenke gerade unter den Schultern stehen. Und dann schieben wir wieder den Popo hoch. Einatmen. Ausatmen. Bauch spannen. Und im Stütz. Und hier hängen wir nicht durch im Stütz. Eine gerade Linie. Popo hoch. Und eine gerade Linie. Hier nicht den Popo durchhängen lassen. Einmal hoch. Und eine gerade Linie machen. Macht einmal, dass ich einmal schaue. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Kopf ist auch gut in Verlängerung der Wirbelsäule. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Und nochmal im Stütz vorne bleiben. Wir halten, wir halten, wir halten. Und dann setzen wir die Knie einmal ab. Dann gucken wir nochmal, ob das nicht doch zu weit ist. Ich war auch ein bisschen weit gerade, dass wir hier einen ordentlichen Vierfüßlerstand haben. Was ist ein ordentlicher Vierfüßlerstand? Wenn die Arme senkrecht sind und die Oberschenkel wirklich genau senkrecht, die Gelenke übereinander stehen. Fußspitzen stellen wir auf. Schulter nach hinten unten. Bauchnabel nochmal fest. Löst die Knie. Ein Zentimeter. Jawohl. Geraden Rücken halten wir. Und hier federn wir so ein bisschen nach unten, als ob wir die Knie auf dem Boden aufstuxen wollen. Und das machen wir auf Vier, Drei, Zwei. Und einmal nach oben in das Dreieck schieben und federn unten. Auf Vier, Drei, Zwei, Eins. Und nach oben, mach den Rücken lang. Und ein Vier, Drei, Zwei. Und nach oben schieben, lass dir Zeit. Nochmal und schießt. Zwei, Drei. Nach oben, langer Rücken, streck den Rücken. Gut. Einmal noch. Vier, Drei, Zwei. Und nochmal nach oben. Wir bleiben hier. Füße stehen höchstbreit, die Fersen wollen zum Boden. Mach einen ganz langen Rücken. Und jetzt geht es mir darum, dass der Rumpf genauso wie er jetzt ist, bleibt. Auch wenn wir eine Hand mal diagonal zum Fuß, zu den Fußspitzen bringen. Der Popo schiebt nicht auf die Seite. Wieder vor und wechseln. Einmal rechte Hand zum linken Fuß, einmal linke Hand zum rechten Fuß. Und wir bleiben in dem Dreieck. Nicht zwischendurch nach vorne absenken, sondern bleiben in dem Dreieck. Aha, sehr schöne Haltung. Bleibt. Und der Popo schiebt sich nicht nach rechts und nach links. Ich beobachte euch. Ich sehe Popos nach rechts und nach links schwenken. Hallo. Ah, besser, besser. Ja, komm, bleib dran. Nicht aufhören. Komm, bleib dran. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zwei noch. Zack. Und zack. Und wir setzen die Knie ab. Setzen die Unterarme ab. Machen aber direkt weiter. Die Unterarme sind parallel zueinander. Das ist ein schönes Schultertraining auch haben. Bauchnobel zieht nach innen. Schultern weg von den Ohren. Rechtses Bein schieben wir nach hinten oben raus. Halt das Becken parallel und zieh wirklich den Bauch kraftvoll nach innen. Und wir ziehen das Bein ein bisschen höher. Zack. Und zack. Und zack. Etwas nach oben ziehen. Hoch. Und hoch. Und hier ist der Fokus wieder bei der Haltung, bei der Körpermitte. Da nochmal spüren, dass nicht der Rücken mitwippt. So ähnlich wie wir vorhin im Stand mit dem Schwingen gesagt haben. Dass du da ein Gefühl für kriegst, dass wir nicht den Rücken verändern. Das sieht schon gut aus. Sehr schön. Und wir halten das Bein. Du stellst die rechte Hand auf. Vielleicht nur so die Fingerspitzen. Wenig Gewicht auf der Hand. Öffne den Rumpf zur Seite nach rechts und zieh das Bein ein bisschen höher. Zack. Und zack. Dann kommen wir nämlich ein bisschen höher mit dem Bein. Jawohl. Und Bauch nach innen. Ich möchte kein Hohlkreuz sehen. Mach den Rücken noch mehr gerade. Ich sehe noch ein, zwei Hohlkreuze. Da passiert jetzt in dem Moment nichts. Aber wir wollen lernen, den Rücken in eine gerade Position zu bringen. Mach das noch vier. Drei. Zwei. Und wir halten. Und wer sich stabil genug fühlt, öffnet den Arm nach oben zur Decke. Wir sind jetzt wirklich parallel seitlich. Und das ist wackelig. Ich habe ein, zwei Teilnehmer verloren. Oh je. Öffne dich zur Seite. Ja, das muss wackeln. Das soll wackeln. Das darf wackeln. Ja, komm. Wo ist die Position? Hallo. Ich habe Zeit. Ich warte. Ich warte hier auf euch. Ah, gut. Und hol den Unterarm ran. Und es geht direkt auf die andere Seite. Ihr hattet heute die Stunde ohne Pausen gebucht. So, Bauch nach oben, nach innen, Schultern tief, linkes Bein zieht nach oben. Zack. Das sind mir die liebsten Stunden ohne Pause. Pause, denke ich immer, ach, das ist verschwendete Zeit. Wir üben lieber 60 Minuten durch. Und zack. Und zack. Körpermittel ist fest. Der Fokus liegt bei der Haltung. Darauf konzentrier dich. Ob das Bein wo hoch das ist, das ist gar nicht so wichtig. Konzentration. Der Rücken wippt nicht mit. Sehr schön. Jawohl. Mach das noch. Vier Bauchnabel nach innen. Noch zwei. Halten. Stütz deine linke Hand auf. Vielleicht sogar nur so auf die Fingerspitzen, dass wir uns schon richtig weit zur Seite öffnen. Und zieh das linke Bein ein bisschen höher. Und zack. So, und jetzt will ich einen geraden Rücken sehen. Kein Hohlkreuz. Spann noch mehr den Bauch nach innen. Öffnet euch direkt noch mehr zur Seite. Komm. Und zack. Hüft- und Gesäßmuskeln dürfen zu spüren sein. Und das machen wir noch vier. Noch drei. Noch zwei. Einmal halten. Öffne dich ganz zur Seite. Heb den linken Arm. Ach, mach dich groß. Dreh den Rumpf. Dreh den Kopf. Sehr schön. Und das muss richtig wackelig sein. Ah, die Seite scheint besser zu sein. Alle hier. Super. Sehr, sehr gut. Wir halten, wir halten. Lass es wackeln. Der Körper gleicht das aus. Darum geht's. Oh, und einmal lösen. Sehr gut gemacht. Setzt euch einmal hin. Ui, super. Wunderbar. Die mag ich immer sehr, die Übung. Schön wackelig. Wenn dann einer umfällt, dann so zock, 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 die ganze Reihe. Und wir sitzen und machen im Sitzen weiter. Ah, ist hier diese Entspannungsposition. Nein, alles gut. War das heute Morgen oder gestern? Ach, die Tage verschwimmen. Setzt euch schon mal gerade hin. Und da haben einige Teilnehmer zu mir gesagt, ich hätte Urlaubsverbot. Weil immer, wenn ich im Urlaub gewesen wäre, dann wäre ich ganz schlimm. Ich fand das sehr gemein. Ich war sehr traurig. Ich darf also keinen Urlaub mehr machen. Und die Arme spannen zur Seite auf. Das ist so ein Club. Ihr könnt da Unterschriften leisten. Ja, ja, das stimmt. Aber das war doch sehr schön. Und wir gehen in das Drehen. Rotation. Seite zu Seite. Langer Rücken. Ah, wir wachsen nach oben. Atem fließt. Mach mal weiter. Ich gehe einmal seitlich zu euch. Versucht die Arme so ein bisschen hinter der Schulterlinie, nenne ich das ja immer. Wenn wir die nicht genau seitlich haben, sondern sogar ein bisschen mehr hinten. Ja, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Öffnung wirklich in der Brustübelsäule und auch ein bisschen mehr Aktivität in den Rückenmuskeln. Jawohl. Sehr schön. Langen Rücken will ich sehen. Kopf ist gerade. Und wir drehen auf vier, auf drei, auf zwei. Jetzt bleiben wir auf einer Seite und wir ziehen ein bisschen nach. Zack, zack und wechseln. Andere Seite. Zack, zack und wechseln. Drehen. Und achte mal auf die Arme, dass die trotzdem hinter der Schulterlinie bleiben. Also, dass du jetzt nicht anfängst, einfach die Arme rumzuziehen. Genau. Mach nochmal einen eigenen Rhythmus. Brustbein hebt sich. Mach dich größer. Wachsen. Sehr schön. Jawohl. Schultern sind immer entspannt. Achte ein bisschen auf deine Schultern, dass sie nicht so nach oben wandern. Die Arme dürfen oben bleiben. Jawohl. Und zack, zack, zack. Und einmal noch. Zack, zack, zack. Komm zur Mitte. Heb die Arme. Entspann die Schultern. Wir können die Arme gestreckt nach oben halten, ohne dass die Schultern irgendwo da so an den Oren sind. Also langer Abstand. Und mit Kraft denke, du drückst da wirklich etwas nach unten. Locker hoch. Mit Kraft runter. Wie gegen so ein Widerstand. Locker hoch. Mit Kraft nach unten drücken. Mach das ganz aktiv. Also nicht einfach nur ohne Widerstand runter, ohne Widerstand hoch. Das macht wirklich einen Unterschied. Merkt ihr das? Ich kann mich mehr anstrengen nach unten und kann sagen, aber locker und entspannt hoch. Nach unten mehr anstrengen. Locker und entspannt hoch. Versuch das wirklich mal zu spüren, dass du das hinkriegst. Nach unten richtig mit Kraft. Da willst du was wegschieben. Locker hoch. Mit Kraft. Locker hoch. Mit Kraft runter. Halt mal hier. Dreh jetzt die Handinnenfläche nach oben. Genau. Jetzt geht es andersrum. Mit Kraft hoch. Locker runter. Mit Kraft nach oben. Als ob wir wirklich ein Gewicht jetzt in den Händen haben. Locker runter. Und das ist auch interessant. Wir machen die gleiche Bewegung. Ich hoffe, aber es fühlt sich anders an. Ihr merkt, dass andere Muskeln trainiert werden. Hier sind wir deutlich mehr in der Schultermuskulatur und gerade waren wir deutlich mehr im Latissimus. Wir gehen in den Rückenmuskeln. Also hier einen gedachten Widerstand hochdrücken. Locker senken. Gedachter Widerstand hoch. Locker senken. Sehr schön. Und einmal noch hoch. Wir halten die Arme so diagonal. Könnte sagen, wie so ein V. Schultern sind tief. Rücken und Kopf ist gerade. Bauch spannend. Kleine Bewegung nach hinten. Und zack. Und zack. Und zack. Die Daumen zeigen nach hinten. Und auch wenn wir jetzt einen Arm runternehmen, zeigt auch hier der Daumen nach hinten. Vier. Drei. Zwei. Andere Diagonale. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal wechseln. Achtet hier jetzt vor allen Dingen darauf, dass die Schultern auf einer Höhe sind. Also nicht, dass wir schief werden. Und auch der Kopf ist gerade. Zehnen tue ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass ihr bis vier schafft. Genau. Bis vier so gerade. Weiter kann ich auch nicht. Vier. Drei. Jawohl. Wir machen nur zwei. Also mal eins und zwei. Und eins und zwei. Arbeite hier an der Schulterposition, dass die Schultern auf einer Höhe bleiben. Nicht, dass immer irgendwie eine Seite, dann die andere Seite. Und wir gehen auf eins. Und zack. Und zack. Und zack. Schultern sind stabil. Nacken ist lang. Bringt hier mehr Stabilität rein. In diese Position. Schultern, Nacken. Das ist fest. Ganz egal, was wir machen. Zack. Und vier. Drei. Zwei. Und nochmal in. Das V. Schultern sind tief. Langer Nacken. Gestreckte Ellbogen. Und einmal lösen. Ach, gut. Gutes Schulterrückentraining. Ja, sehr gut gemacht. Löst deine Beine. Locker etwas auf. Und es geht weiter in dieser Position. Wir brauchen viel Platz nach hinten. Das sieht gut aus. Wir lehnen uns auch direkt so ein bisschen nach hinten. Ach, da mal ein bisschen den Rücken bewegen. Nur dehnen mal die Schultern. Den Rücken. Dann starten wir aber hier in einer geraden Position. Setz dich so hin, dass du wirklich so ein bisschen die Sitzbeinhöcker spüren kannst. Dann ist das Becken gerade. Zieh nochmal mehr dein Brustbein hoch. Entspann deine Schultern. Langer Nacken. Und die Arme zeigen in dieselbe Linie. Mit dem Rücken ganz gerade nach oben. Einatmen. Roll dein Becken nach hinten. Der untere Rücken wird rund. Das Brustbein bleibt eher so ein bisschen angehoben. Und wir rollen so weit zurück, bis du wirklich deutlich hier in den vorderen Muskeln bist. Bauchnabel zieht nach innen. Schultern sind entspannt. Richte dich auf. Becken vor. Brustkorb weit. Nacken ist lang. Roll dein Becken nach hinten. Geh so weit zurück, bis vorne die Bauchmuskeln sich melden. Ohr nochmal hoch. Und tief. Ohr nochmal hoch. Und tief. Sehr schön. Einmal noch hoch. Ohr nochmal tief. Wir bleiben in der Position. Schultern entspannt. Immer so ein bisschen Brustbein und Kopf aufrecht halten, dass wir hier nicht so einsinken. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer, wenn das geht, Lennwibbelsäule, aber wir müssen wieder hier auf halbe Höhe zurück. Also gerne Lennwibbelsäule, halbe Höhe. Lennwibbelsäule, halbe Höhe. Und hier ist keine Veränderung in Schulternacken. Da mache ich gar nichts. Sondern es ist wirklich nur hier schön außen und drücken. Sehr schön. Nicht ganz so hoch. Bleibt ein bisschen tiefer. Da, wo es interessant ist. Genau. Lass den Nacken lang. Nicht so den Kopf nach vorne rausschieben. Genau. Noch vier. Nacken ist lang. Das geht. Drei. Zwei. Und einmal langsam lösen. Sehr schön. Tief durchatmen. Wunderbar. Die Beine bleiben direkt so stehen. Angewinkelt haben wir die. Locker Hüftbreit. Lass deine Arme ganz entspannt unten neben dem Becken. Kopf gerade. Und dann fangen wir erst mit unseren schönen Lockerungsbewegungen hier für den unteren Rücken an. Du rollst das Becken einmal in die Matte rein und hüllst den Rücken so ein bisschen aus. Machst so einen kleinen Tunnel hier unten. Einmal runterdrücken den Rücken. Einmal aushüllen. Gerne, wenn das geht, ausatmen. Den Rücken runterdrücken. Einatmen. Etwas aushüllen. Und einmal spannen. Einmal lösen. Mach das ein paar Mal in deinem Rhythmus. Ganz locker. Sehr schön. Und dann halt für die nächste Runde der Übung den Rücken stabil auf der Matte. Dass du wirklich merkst, dass der Rücken hier nicht mehr in Bewegung ist bei den nächsten Übungen. Und das können wir natürlich besser kontrollieren, wenn wir den Kontakt zum Boden spüren. Also Bauchnabel ist fest. Schultern entspannt. Kopf liegt gerade. Wir holen erstmal ein Bein nach oben. Und dann das andere Bein. Die Beine können locker angewinkelt hier einmal stehen. Und auch die Arme nehmen wir direkt mit nach oben. Die zeigen senkrecht zur Decke. Jetzt kontrolliere nochmal deine Haltung. Du solltest also deinen ganzen Rücken auf der Unterlage spüren. Vor allen Dingen auch den unteren Rücken. Wenn du denkst, oh, da ist eine Lücke. Zieh den Bauch mehr ein, dass da keine Lücke ist. Jetzt bewegen wir erstmal einen Arm nach oben, kopfwärts, eine nach unten zur Hüfte. Und dann wechselt das ganz in Ruhe. Nicht so schnell. Also Arme einmal zack. Und zack. Macht einmal, dass ich einmal schaue. Jawohl, genau so. Und die Aufmerksamkeit ist bei deinem Rücken. Du kannst deinen ganzen Rücken spüren. Auch den unteren Rücken. Sehr schön. Das Kopf liegt gerade. Kinn so ein bisschen runter. Aber auch das sieht sehr gut aus. Ja, jetzt halt die Arme nochmal senkrecht zur Decke. Jetzt wollen wir mal ausprobieren. Beide Arme nach oben. Stell, wenn das geht, die Daumen einmal so kurz knapp hier auf den Boden und hol die Arme wieder in die Senkrechte. Nach unten gehen wir jetzt nicht zum Becken, sondern nur hoch. Und wieder in die Senkrechte. Und hoch. Und auch dabei nochmal ganz aufmerksam spüren. Macht das was mit dem Rücken? Oder kannst du auch dabei den Rücken halten? Aber vielleicht merkt ihr, beide Arme zieht dann ein bisschen mehr den Rücken eventuell weg. Aber ihr spannt dagegen. Schön den Bauch einziehen. Kopf liegt gerade. Sehr schön. Einmal noch. Und jetzt legen wir einmal kurz die Arme unten neben dem Becken ab. Die Bewegung mit den Armen kommt gleich nochmal. Aber jetzt wollen wir erstmal mit den Beinen ausprobieren. Die Beine bleiben gebeugt. Und erstmal ein Bein senkst du nach vorne. Fußspitze aufstellen. Wieder hoch. Anderes Bein senken. Und hoch. Aufmerksamkeit ist wieder bei der Haltung. Überprüf deinen Rücken. Ob du deinen ganzen Rücken spüren kannst. Schultern sind locker und entspannt. Kinn etwas rein. Und die Lendenwirbelsäule. Der untere Rücken hat Kontakt zum Boden. Hören wir nicht aus. Atem fließen lassen. Jawohl. Halt die Beine. Und natürlich, vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Beide Beine senken. Fußspitzen leicht aufstellen. Und wieder hoch. Macht nochmal. Fußspitzen leicht aufstellen. Und wieder hoch. Und eben wirklich Konzentration bei der Haltung. Dass der Rücken sich nicht ausfüllt. Und wenn du das Gefühl hast, da kann ich den Rücken jetzt nicht mehr halten. Dann machst du im Wechsel rechtes Bein linkes Bein. Nur wie wir es gerade gemacht haben. Einige machen das sehr schön. Wirklich immer den Rücken spüren. Das ist das Wichtigste. Sehr gut. Wunderbar. Und dann halt die Beine nochmal oben. Und wir ziehen die Beine einmal zum Körper ran. Greif die Knie, die Unterschenkel. Schaukel mal so ein bisschen hin und her. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal die Arme und die Beine miteinander verbinden oder kombinieren. Das heißt, wir bauen direkt mal hier die Position auf. Die Arme zeigen senkrecht zur Decke. Die Beine haben wieder hier ihren rechten Winkel. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Kopf gerade. Und wirklich den Bauch nochmal fest nach innen ziehen. Denn jetzt stellen wir beide Fußspitzen und auch die Daumen auf. Also öffnen. Aber ohne, dass du den Rumpf wirklich auseinanderziehst. Körpermitte ist fest. Und wieder alles nach oben ausrichten. Einmal öffnen. Fußspitzen mit ganz wenig Gewicht. Daumen mit ganz wenig Gewicht. Und wieder hochbringen. Macht nochmal. Ich einmal schaue. Öffnen. Und schließen. Sehr schön macht ihr das. Super. Kann man auch wieder mit einem Bein machen. Ganz genau. Ihr könnt das immer ein bisschen variieren. Wenn du merkst, du kannst deinen Rücken nicht halten, dann lieber eben nur an den Hebeln arbeiten. Also nicht alles gleichzeitig bewegen. Ihr macht das super. Sehr schön. Zweimal noch. Körpermitte ist fest und stabil. Einmal noch. Gut. Und dann zieh die Beine nochmal ran zu dir. Hier nochmal so ein bisschen schaukeln. So ein bisschen massieren. Das ist immer angenehm. Ein bisschen lockern. Ja. Pendel dich hier nochmal in der Mitte ein. Jetzt wollen wir in der nächsten Runde der Übung die Beine hier gestreckt nach oben bringen. Und du kannst mal so ein paar Mal einfach die Beine hier strecken. Wieder beugen. Nochmal strecken und beugen. Probier das nochmal aus. Und wenn du jetzt schon merkst, oh die Beine hier so gestreckt zu halten, das ist sehr schwer. Dann eventuell reicht es mit den Händen das Becken ein bisschen zu unterstützen. Oder nimm dein Handtuch. Mach dir da ein kleines Kissen unter das Becken, dass wir ein bisschen besser die Position halten können. Gut. Wir starten. Also die Beine sollen senkrecht zur Decke zeigen. Kopf liegt gerade. Schultern entspannt. Zieh den Bauch ein. Der Rücken hat jetzt wahrscheinlich Kontakt zum Boden im Moment. Aber wie sieht das aus, wenn wir ein Bein senken nach unten? Gerne wirklich einmal mit der Ferse auf den Boden kommen. Gestrecktes Bein. Gestrecktes Bein. Und wieder hoch. Anderes Bein senken. Und wieder hoch. Jetzt haben wir also ein bisschen längeren Hebel als gerade, weil gestrecktes Bein ist dann ein bisschen anstrengender. Und du konzentrierst dich wieder auf deine Haltung. Es geht um den Rücken. Spür da wirklich rein, ob du deinen Rücken halten kannst. Sehr schön. Aber ihr macht das super. Kopfposition sehe ich noch bei dem einen oder anderen. Immer wieder nochmal den Fokus auch dahin bringen. Wie liegt der Kopf? Dass das Kind runterzieht. Sehr schön. Jawohl. Und nochmal beide Beine hoch. Einmal kurz die Unterschenkel einknicken. Kleine Pause. Aber geht direkt weiter. Das können wir nämlich noch ein bisschen erschweren oder variieren. Streck nochmal die Beine hoch. Wenn wir jetzt mit einem Bein mal runtergehen, so wie gerade. Bleib mal hier. Und dann gehst du nicht gerade wieder hoch. Sondern ein bisschen über außen. Machst du einen kleinen Schlenker. Und das andere Bein senken. Und ein bisschen über außen. Kleinen Schlenker. Einmal senken. Kleiner Schlenker. Und hoch. Immer senken. Kleiner Schlenker. Und hoch. Warum machen wir da einen kleinen Schlenker? Weil du dann nochmal ein bisschen mehr deine Rumpfmuskeln forderst. Denn das Becken soll natürlich keinen Schlenker machen. Darum geht es jetzt. Halt dein Becken und dein Rücken ganz gerade. Das liegt immer noch in der gleichen Position. Kopfposition. Kinn runter. Sehe ich nochmal hier und da. Dankeschön. Gut korrigiert. Sehr gut. Jawohl. Sehr schön. Und wirklich spüre, was macht das Becken. Kannst du es in der Mitte halten? Oder macht das Becken auch einen Schlenker? Das wollen wir nicht. Das Becken macht keinen Schlenker. Sehr schön. Und nochmal beide Beine nach oben spannen. Und lasst die Unterschenkel einknicken. Halt die Beine aber noch in der Luft. Wir haben eine kleine letzte Runde hier. Da schafft ihr noch. Dazu nehmen wir die Beine nochmal hoch. So wie wir es gerade hatten. Jetzt die Hände nicht unter das Becken. Denn wir brauchen die Arme für was anderes. Wir heben mal den Kopf. Dann können wir auch ein bisschen schauen, was so los ist. Und wir strecken die Arme nach vorne aus. Jetzt sind die Beine wirklich ein langer Hebel. Wenn du die jetzt mal langsam absenkst, spann den Bauch. Zieh da richtig fest zusammen. Dann merkst du, mehr und mehr Gewicht kommt nach vorne. Und an für sich reicht das Gewicht der Beine wirklich aus. Oder nicht? Ja. Wenn Bauchmuskeln vorhanden sind. Also wenn jetzt gar keine Bauchmuskeln vorhanden sind. Dann wird es schwer. Jetzt zeigt sich, wo sind Bauchmuskeln vorhanden. Senkt die Beine. Senkt die Beine. Und dann mach hier vorne wirklich zu. Yeah. Gut. Ja. Sehr schön. Probier. Aha. Guck mal. Super. Ich warte, bis alle oben sind. Wir brauchen es nur einmal machen. Gott sei Dank. Aber es sind doch nicht alle da. Hallo. Komm. Ja. Ja. Und bis die anderen aufgerollt sind, gehen wir weiter in die Bauchlage. Dreht euch einfach da. Sonst war einfach so rum. Aber das funktioniert irgendwann. Das sage ich euch. Mal weiter üben. So. Ihr legt euch schon mal auf den Bauch. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Du kannst, wenn du möchtest, erst mal hier den Kopf so ein bisschen unterstützen, wenn es für dich angenehm ist. Die Arme könnten auch an der Seite liegen. Einfach mal ausprobieren. Schaukel mal so ein bisschen im Becken hier rechts, links. Erst mal ankommen. Tief durchatmen. Entspann den Körper. Und dann bleib einfach mal so ganz locker, ganz entspannt liegen, so wie du möchtest. Wir konzentrieren uns mal auf die Atmung. Du atmest bewusst in den Bauch ein. Mit der Ausatmung ziehen wir den Bauchnabel nach innen. Denk dir, du willst deinen Bauchnabel weg von der Unterlage ziehen. Und die Rippenbögen, den ganzen Brustkorb schieben, ein bisschen nach unten zum Becken. Und das ganze Becken, das kippen wir ein bisschen nach hinten. Steißbein nach hinten unten. Und dann haben wir unsere Ausgangstellung. Einen ganz geraden, stabilen Rücken. Und dann lösen wir mal die Spannung. Einatmen. Ausatmen. Bauchnabel nach innen. Den ganzen Brustkorb ein bisschen vorne unten. Das ganze Becken nach hinten unten schieben. Und schwupps ist der Rücken schon gerade. Und nochmal lösen. Spannen. Lösen. Spannen. Mach das ruhig ein paar Mal in deinem Rhythmus. Ich finde mit der Atmung, das passt schon gut. Wenn du mit der Ausatmung in diese Spannung gehst, einatmen löst. Wenn es mal nicht passt, ist nicht schlimm. Aber prinzipiell atmen. Atmen ist immer gut. Und einmal noch die Spannung. Aufbauen. Bauchnabel nach innen. Den ganzen Brustkorb. Die Rippen nach unten schieben. Ganzes Becken aufrichten. Und spür die Position. Jetzt ist dein Rücken schön gerade, schön stabil. Und die Position brauchen wir natürlich bei den Übungen. Wir legen die Arme einmal nach hinten. Und zwar so, dass du mit der Handinnenfläche, so seitlich hier an den Oberschenkeln bist. Die Schultern, die richten sich vielleicht schon so ein bisschen auf. Der Kopf ist leicht angehoben. Der Blick ist zu Mathe gerichtet. Die Beine und die Füße bleiben auf jeden Fall. Wir atmen auf den Boden erst mal bei der ersten Übung. Wir atmen ein. Ausatmen. Spann noch mal den Bauch. Grundspannung bleibt. Und dann hebst du den ganzen Rumpf über die Länge an. Der Nacken bleibt lang. Die Schultern fließen nach hinten unten. Und noch mal etwas senken. Und noch mal aufrichten. Mal etwas senken. Und aufrichten. Mach das ein paar Mal ganz in Ruhe. Hier geht es wirklich um die Haltung, dass der Rücken lang bleibt. Jawohl, mach das noch mal in deinem Rhythmus. Und die Füße bleiben am Boden. Ich gucke. Nicht einfach mit den Beinen ausgleichen, sondern versuch da wirklich aus den Rückenmuskeln die Kraft zu holen. Jawohl, sehr schön. Nicht so den Kopf in den Nacken. Denk noch mal an den Kopf. Klin bleibt eingezogen. Und wir ziehen den Rücken hier etwas hoch. Und halt die Position. Bauch ist fest. Füße sind am Boden. Jetzt schieben wir einmal den einen Arm. Du möchtest mit der Hand so zur Außenseite vom Knie. Einmal den anderen Arm. Und bleib im Rumpf angehoben. Wir bleiben parallel zum Boden. Becken ist stabil. Füße und Beine sind am Boden. Und dann die Seitneigung noch dazu. Dass wir da so ein bisschen über die Seite gehen. Mach noch mal. Sehr schön. Und lass das Becken stabil. Nicht von einer Beckenhälfte auf die andere schuckeln. Das Becken ist ganz fest. Das ist dann eine Seitneigung. Jawohl. Lass die Hände. So ist super. Die Hände so ein bisschen seitlich am Oberschenkel wirklich runtergleiten. Dann weiß man, wo man hin will. Einmal nach rechts, einmal nach links. Sehr schön. Super macht ihr das. Wunderbar. Gut. Und dann komm noch mal zur Mitte. Zieh den Rücken noch mal einmal hoch. Und einmal kurz lösen. Hol dir die Arme nach vorne. Wenn du möchtest, schuckel noch mal so ein bisschen dein Becken. Aus, rechts, links. Sehr gut. Jetzt legen wir die Arme einfach mal so rechts und links. So locker ein bisschen angewinkelt neben der Matte ab. Der Kopf kann schon wieder leicht angehoben sein. Hier in die gerade Position. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Und wir atmen ein. Ausatmen. Bauchnabel nach innen. Bring erst wieder deinen unteren Rücken in eine gerade Position. Bleib noch mal einen Moment hier. Bevor wir jetzt was mit den Beinen machen, nimm noch mal wahr, wie das Gewicht verteilt ist. Ich hoffe, ganz gerade, wenn wir so liegen. Spür mal so ein bisschen hier die Beckenknochen. Vielleicht vorne so ein bisschen Schambeinknochen. Und das bleibt genauso, wenn wir jetzt ein Bein heben. Da soll sich nichts verschieben. Nicht, dass du auf einmal auf einer Seite bist. Senken und wechseln. Ganz konzentriert. Spür, wo ist die Auflagefläche vom Becken vorne. Und kannst du das halten. Egal jetzt, ob du gerade rechtes Bein oder linkes Bein hebst. Darum geht es. Sehr schön. Wunderbar. Ganz aufmerksam sein. Und das Bein wirklich gestreckt heben. Dass wir da das Knie nicht einknicken im Moment. Langen Hebel. Sehr gut. Das macht er super. Wunderbar. Atem fließen lassen. Rücken bleibt stabil. Sehr schön. Und wenn wir beide Beine heben, hat auf jeden Fall den Vorteil, das Becken kann nicht zur Seite wegkippen. Aber zieh den Bauch noch mal etwas fester ein, weil wir wollen auch nicht ins Hohlkreuz fallen. Senkt die Beine. Hebt die Beine. Senken. Lange gestreckte Beine möchte ich sehen. Nicht in den Knien einknicken. Langen Hebel machen. Spann mit den Bauchmuskeln dagegen. Macht noch ein paar Mal. Eigenen Rhythmus. Mach mal Schauer. Schultern sind entspannt. Die Arme kriegen gleich wieder was zu tun. Aber im Moment haben die Pause. Sehr schön. Und dann hebt die Beine noch einmal. Halt die Position. Das muss gar nicht hoch sein. Ich will eine schöne Haltung im Rücken sehen. Beine sind ein paar Zentimeter über dem Boden. Jetzt holen wir die Arme dazu. Die Arme waren hier angewinkelt. Schultern weg von den Ohren. Kopf ist gerade. Blick zur Matte nach unten. Und dann schieben wir einmal den rechten Arm nach vorn. Einmal den linken Arm nach vorn. Mach das nicht zu schnell. Hier ist die Konzentration, der Fokus wieder auf dem stabilen Rumpf, dass du nicht schaukelst. Einmal rechten Arm nach vorne strecken aus der angewinkelten Position. Einmal linken Arm nach vorne strecken aus der angewinkelten Position. Ich möchte gestrecktere Knie sehen. Drück die Knie durch. Die Beine müssen gar nicht so hoch. Aber Spannung in die Knie. Ah, besser. So, das gefällt mir. Sehr schön. Und dann eben schauen, dass nicht das Becken so anfängt zu schaukeln. Vielleicht merkt ihr es. Die Beine wollen so ein bisschen trudeln. Rechts, links. Können wir das noch ein bisschen rauskriegen? Ah, besser. Spannung im Körper. So, wenn wir jetzt beide Arme nach vorne strecken und wieder ranziehen, hat zumindest den Vorteil, dass die Beine nicht so trudeln, aber wir müssen ein bisschen mehr arbeiten. Streck die Arme vor. Und ran. Streck die Arme vor. Und ran. Und nochmal vor. Und ran. Einmal noch vor. Und wir halten. Knie gestreckt, Füße gestreckt, Arme lang, Schultern tief. Und einmal langsam lösen. Ah, sehr schön. Locker dein Becken. Etwas hin und her schuckeln. Tief durchatmen. Sehr gut. So, da, wo wir gerade aufgehört haben, das war hier vorne. Leg die Arme da nochmal hin. Und da machen wir nämlich weiter. Nicht zu eng die Arme. Schau, dass du deine Schultern gut nach hinten unten ziehen kannst. Heb gerne den Kopf schon mal wieder leicht an. Der Blick ist zu Mathe gerichtet. Wir atmen ein. Aktiviere die tiefen Muskeln. Bauchnabel nach innen. Rippenbögen. Ganzes Becken kippt. Wir heben beide Beine. Gestreckt. Füße und Knie. Wir heben beide Arme. Und dann gehe ich hier in das Swimming. Arme und Beine gegengleich. Das muss auch keine riesige Bewegung sein. Denn mir geht es wieder um die Stabilität im Rumpf. Das sieht gut aus. Sehr schön. Dass eben nicht das Becken hin und her schaukelt. Spüre wieder die Auflagefläche. Aber macht ihr sehr gut. Das sieht super aus. Spann die Knie durch. Ganz, ganz feste Power-Knie machen. Sehr schön. Dann hat das nämlich mehr Effektivität. Wunderbar. Komm, halt durch. Lasst die Schultern fließen. Ihr schafft es. Schultern weg von den Ohren. Noch vier. Halt durch. Noch drei. Noch zwei. Noch anderthalb. Und nochmal halten. Spann den Körper nochmal durch. Arme und Beine lang. Spannung in die Knie. Füße, Schultern tief. Wir halten. Ich überlege gerade, ob ich euch hier noch eine kleine Geschichte aus dem Urlaub erzählen soll. In dieser Position. Die Begeisterung ist sehr groß gerade. Wir halten auf vier. Spannung. Drei. Lass die Rückenmuskeln arbeiten. Die können das. Zwei. Und lösen. Ach, das habt ihr super gemacht. Sehr schön. Schuckel dein Becken. Schuckel, schuckel. Tief durchatmen. Dann stütz dich mal hier mit den Unterarmen so ein bisschen weg vom Boden. Und wir holen uns mal die Beine ran. Und du setzt dich nach hinten auf die Fersen. Machst ein kleines Päckchen. Hol auch die Arme etwas zu dir. Wenn du möchtest, kannst du den Kopf so ein bisschen hier auf die Hände, auf die Unterarme legen. Aber wenn es für dich angenehm ist, kannst du die Arme auch neben die Beine nach hinten bringen. Dann sollte der Kopf allerdings auf der Matte sein, dass der Nacken entspannen kann. Sehr schön. Und lass den Atem fließen. Atme wirklich ganz bewusst und ganz tief durch. Denn auch die tiefe Atmung, die sorgt jetzt dafür, dass wir da die Rückenmuskeln wieder so ein bisschen lockern direkt und entspannen. Und dann gehen wir in den Vierfüßlerstand noch mal ganz locker. Da kommt es jetzt nicht so ganz auf die Position an. Einfach mal hier ein bisschen aufrichten. Knie ein bisschen öffnen. Hände. Und dann lässt du mal deine Wirbelsäule so ganz locker so ein bisschen kreisen. Versuch wirklich mal einen bewussten Kreis. Was heißt das? Über eine Seite nach oben, über die andere Seite nach unten. So da mal so richtig schön auch so seitlich noch mal den Rumpf so ein bisschen rausdrücken. Jawohl. Und die Schultern, die machen eigentlich auch automatisch so ein bisschen mit. Das dürfen die auch. Gib da ruhig auch so ein bisschen in den Schultern nach. Wechsel mal die Richtung einmal ganz bewusst über die andere Seite. Schön zur Seite raus. Und dann so richtig schön weich machen. Den Rücken so in alle Richtungen. Auch die Schultern, die gehen so ein bisschen mit. Sehr schön. Dann lockern wir wieder alle Rumpfmuskeln. Und dann bleibt mal in der Mitte. Einmal hier den Katzenbuckel ganz rund machen. Roll den Kopf mit ein. Und einmal die Gegenbewegung. Höhl den Rücken aus. Brustbein und Kopf aktiv heben. Spann die Schulter. Blätter. Also in eine gerade, in eine mittlere Position. Jetzt setz erst mal deine Knie ganz nach außen zum Rand der Matte. Dass wir hier so ein bisschen besser den Oberkörper zwischen den Beinen hier senken können. Wander dann mit den Armen wieder nach vorne. Also einerseits setzen wir uns hinten auf die Fersen. Andererseits wollen wir wirklich hier ganz weit nach vorne einsinken. Und hier wäre das Ziel, das Brustbein zum Boden zu bringen. Ja, der Kopf ist relativ schnell unten. Der ist es auch super. Da gibt es einen Punkt für Kopf am Boden. Auf jeden Fall. Das ist gut. Aber wie sieht das aus mit Brustbein am Boden? Tief durchatmen. Und da merkt man so an allen Ecken und Enden, wo es zieht. Hüfte, Becken, Rücken, Adduktoren und so weiter. Schulter. Und ich weiß nicht was. Schulter, Arm, Brustwirbelsäule. Und dann wandern mit den Händen wieder so ein bisschen näher zu dir. Wir lösen die Position einmal zum Sitzen auf. Gut. Du streckst die Beine einmal vor dir aus. Die Beine lassen wir einfach mal locker da vorne so ausgestreckt. Und hinten, ihr braucht nicht unbedingt Matte da hinten. Denn wir gehen vielleicht eher ein kleines bisschen mehr nach außen. Mit den Händen, da müsst ihr gleich ausprobieren. Wir wollen hier die schöne Dehnung Arm, Schulter und Brustmuskeln. Die Fingerspitzen eher ein bisschen nach hinten drehen. Aber auch da könnt ihr gleich etwas für euch ausprobieren. So, was machen wir? Wir schieben das Brustbein nach vorne, oben raus. Wirklich ganz aktiv vorne, oben. Also denkt wirklich so ein bisschen Richtung Decke. Dann immer noch mal ein bisschen einsinken. Gegebenenfalls noch mal mit den Armen ein bisschen was ausprobieren. Dass ihr wirklich merkt, ihr kommt dann in die Dehnung. Wo noch mal genau? Wirklich vom Arm, Schulter, Brust, diese Vorderseite. Und verändert so ein bisschen für euch. Weil das kann man jetzt von außen ganz schlecht sagen, das muss so und so sein. Jeder ist da individuell. Immer ein bisschen nachgeben, ein bisschen einsinken. Und dann da rausziehen. Kommt da was an? Merkt ihr was? Keiner redet mit mir. Ich bin ganz alleine hier. Merkt ihr etwas von einer Dehnung? Dankeschön. Dankeschön. So, du hast das Prinzip verstanden. Weil wenn nicht, gibt es schwierigere Übungen. Ne, so. Einer hat das Prinzip verstanden. Immer, genau, immer sagen, ja, ja, oh ja, danke. Und noch mal einmal in die Streckung. Mach wirklich den Brustkorb weit. Und noch mal einmal nachgeben. Und einmal nach vorne aufrichten. Beziehungsweise erst mal ein bisschen noch mal hier mit dem Becken schauen, ob ihr da in diese gerade Position kommen könnt. Sonst nimm noch mal ein bisschen Kissenunterlagerung oder Handtuch. Ganz wichtig sind auch noch die Füße. Schau mal auf deine Füße. Versuch die zusammenzubringen. Die wollen immer so gerne so nach außen, so wegknicken. Versuch die mal zusammenzuhalten. Ein bisschen anziehen. Knie sind gestreckt. Nimm das Becken mit und lehn dich leicht nach vorne. Versuch wirklich vom Becken auszudenken. Nimmt euch da noch mal ein bisschen Zeit. Überhaupt erst mal spüren. Kommt das Becken hier aus dieser geraden Position mit nach vorne. Das wäre natürlich super. Füße geschlossen, Knie gestreckt. Und dann darf der Rücken auch ein bisschen rund werden. Wander mit den Händen weiter nach vorne. Und je nachdem, wo ihr dran kommt. Das kann ja hier an der Wade sein, am Knöchel. Knöchel oder vielleicht sogar am Fuß. Ziehst du dich gerne noch mal ein bisschen weiter rein. Sehr schön. Jawohl, wunderbar. Auch hier noch mal tief durchatmen. Wir bleiben einen kleinen Moment hier in der Vorbeuge. Sehr schön. Das macht ihr super. Sehr gut. Und jeder für sich. Achte wirklich darauf, dass die Knie gestreckt bleiben. Dass sie nicht ausweichen. Nur weil man jetzt unbedingt an die Füße greifen möchte. Knie gestreckt ist wirklich wichtig. Da eventuell auch noch mal mit den Armen so ein bisschen draufdrücken, dass die Beine gestreckt bleiben. Und dann löst die Position einmal langsam auf. Sehr schön, wunderbar. Wir holen uns die Beine hier schon mal ein bisschen ran. Das soll die Hocke werden. Schieb dich gerne einmal so ein bisschen hier nach vorne. Und wenn ihr so in der Mitte ungefähr eurer Matte seid, also dass wir nach vorne und nach hinten ein bisschen Platz haben, wäre das super. Sehr gut. Ja, mit der Hocke ist halt so ein Thema. Da brauchen wir halt eine gute Flexibilität in Sprunggelenk, in den Bändern, Wadenmuskeln und so weiter. Könnt so ein bisschen immer variieren. Wenn die Füße leicht ausgedreht sind, ist erstmal nicht so schlimm, aber optimal. Also wer gut da von der Beweglichkeit her ist, versucht die Füße gerade zu stellen, wenn das geht. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Super. Wenn ihr die Hocke, ja, und ich sehe hier, alle können die Hocke. Super, oui, macht das, kein Problem. Macht die Hocke, geht wirklich in die Hocke. Weil wenn man das nicht mehr macht, dann kann der Körper das irgendwann nicht mehr. Weil klar, wenn ich was nicht mache, warum soll der Körper das dann können? Dann denken die Knie sich, das kann ich mir sparen, diese Beweglichkeit, die brauche ich ja nicht. Also erhaltet euch die Beweglichkeit, geht in die Hocke. Das sieht sehr gut aus. Jetzt, wer da gut ist, weil klar, ihr merkt schon, bei einigen sind die Fersen noch hoch. Versuch mehr und mehr deine Fersen runterzubringen. Aber wer da gut ist, kann versuchen, einmal den Popo abzusetzen. Ich will ja, dass alle auf ihre Kosten kommen und natürlich hier auch wieder heben. Jawohl, oui, keine Rolle rückwärts machen. Tju, sonst müssen wir schon genug Platz haben. Dann komm noch mal hoch, richtet den Rücken ein bisschen mehr auf und versuch mal einmal, die Knie vorne abzusetzen. Jawohl, dann haben wir noch mal eine schöne Dehnung, auch so unter der Fußsohle, die Zehen. Und super wäre das, wenn wir die Hände nicht brauchen und hier einmal die Knie absetzen können und wieder zur Hocke kommen können. Yay, super, sehr, sehr gut. Probier mal aus. Voila, einmal vor, einmal rück, einmal vor, einmal rück. Das macht ihr super. Sehr schön, sehr gut, wunderbar. Der Gesichtsausdruck ist gut. Und noch mal in der Hocke, Fingerspitzen am Boden und dann heb dein Becken an, versuch die Knie ganz zu strecken. Teste für dich noch mal, vielleicht haben wir noch ein Zentimeterchen Beweglichkeit erreicht, oder? Im Vergleich zum Anfang merkt man schon Unterschied. Sehr gut. Beug die Knie jetzt leicht an, komm mit den Händen an die Knie, bleib mal hier so auf halber Höhe. Hier können wir noch mal so ein bisschen Rücken und Schultern bewegen, Körper spüren. Und dann rollen wir den Rücken, rollen dich hier noch mal nach oben, einmal in den Stand auf. Sehr schön, locker Arme und Beine aus. Wollen wir hier noch mal uns einmal auf die gerade Haltung konzentrieren und die bauen wir bei den Füßen auf. Gerade Haltung in den Füßen, dass die Füße hüftbreit stehen, nicht zu weit auseinander. Verteile das Gewicht wirklich auf beide Füße, darum haben wir die, dass wir einen ausgeglichenen Stand haben. Von der Seite gesehen, achtet wirklich darauf, dass die Knie nicht einrasten. Ihr dürft das gerne mal machen, damit ihr wirklich so diesen Unterschied spürt zwischen vollständig durchgedrücktem Knie und ganz leicht gebeugtem Knie. Der Unterschied ist, finde ich, jetzt nicht so eklatant zu sehen, aber ihr solltet den Unterschied spüren. Das macht wahnsinnig was aus. Ob ich einfach im Gelenk stehe und so, jo, so halt. Und wenn ich die Knie nur ein bisschen beuge, sofort die Muskeln sagen, ah, okay, alles klar, es geht los. Weil das ist dann für die Muskeln wirklich so die Alarmbereitschaft, wahrscheinlich kommt jetzt was. Wenn du dich in den Gelenken einrastest, dann schalten die Muskeln sich ein bisschen ab und sagen, ah, okay, ich ruhe mich aus. Wenn wir uns hinlegen, dann weiß der Körper, wir brauchen keine Muskelspannung. Also lass wirklich diese Aktivität in den Muskeln durch dieses ganz leicht gebeugte. Spür nochmal, wie steht das Becken? Musst du das vielleicht nochmal ein bisschen aufrichten, damit es keine Rückenschmerzen kriegt, hier der untere Rücken? Also da schön die Bauchmuskeln ein bisschen aktivieren. Dann nimm nochmal wahr, wie halten wir uns hier oben? Bist du da so der Typ, der schnell sagt, ach, es ist anstrengend? Ach, guck mal, so ist doch auch schön. Oder kannst du dich gut aktivieren und gut halten den ganzen Tag? Müssen wir das ja machen, sobald wir auf dem Bein sind. Heb dein Brustbein und auch da hoffe ich, dass ihr das merkt, durch dieses Brustbeinheben aktivierst du deine Rückenmuskeln. Wenn du sagst, Brustbeinheben ist mir gerade nicht so wichtig, dann denken die Rückenmuskeln, ich werde gerade nicht gebraucht, ist super, ich mache Pause. Also heb dein Brustbein, um deinen Muskeln hinten zu sagen, hallo, mach ruhig mal ein bisschen mit. Und das Schöne ist, dass sich dann der Kopf aufrichten kann, weil klar, das sieht von der Seite so toll aus, ich mache das gerne nochmal vor. Ganz toll sieht das aus, wenn ich so hier rausgehe. Ich denke immer so, so komme ich rein, ich bin eure Pilateslehrerin. Das sieht fürchterlich aus, sie ist gerade im Bildschirm. Oh mein Gott. So, okay, ich kann so viel lieber, das finde ich auch viel schöner. Bauch zieht nach innen und das fühlt sich viel besser an. Bleibe in der geraden Position und wir atmen nochmal tief ein. Locker aus. Oh, nochmal hoch. Locker lassen. Einmal noch stecken. Jetzt nicht locker lassen. Sondern senkt die Arme und bleibt in der geraden Position und das habt ihr super gemacht. Sehr schön, wunderbar. Eine sehr schöne Stunde mit euch und bleibt wirklich in der Haltung, denkt wirklich so an dieses Aktivieren der Muskeln. Das ist super wichtig und das könnt ihr machen. Ihr könnt den ganzen Tag Pilates also machen. Den ganzen Tag. Immer aktivieren, aktivieren, aktivieren. Und ganz doll. Mm-hmm. Ja, echt cola. Okay, klar, klar. Untertitelung des ZDF, 2020